Hier präsentieren wir die 5 beste Fleischklopfer-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Rösele Fleischplattiere, Fleischklopfer zum Plattieren von Fleisch und Fisch. Der Rösele Fleischklopfer ist ideal zum Plattieren von Fleischgerichten wie Wiener Schnitzel. Er ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügt über einen großen, flachen Kopf. Der Fleischklopfer ist 33 cm lang und wiegt 720 Gramm. Er ist gut verarbeitet und dank seiner Konstruktion aus rostfreiem Stahl spülmaschinenfest. Der Fleischklopfer kann auch zum Plattieren von Fisch verwendet werden. Er liegt in der unteren Mitte des Preisspektrums. Nummer 4. WMF Profi Plus Fleischhammer 25 cm, Fleischklopfer. Der W-Vortika 12 MT aus Edelstahl ist ein automatischer, elektrischer Fleischklopfer. Er verfügt über 37 rotierende Klingen, die faserige Fleischstücke effektiv lösen können. Der Fleischklopfer lässt sich leicht zerlegen und reinigen. Die Grundmasse des TK 12 MT sind 35,05 x 34,04 x 29,97 cm. Das Gewicht beträgt 6,62 kg. Der Preis liegt am unteren Ende der Preisspanne für elektrische Fleischklopfer. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. F-M Professional Fleischklopfer, hochwertiger Fleischhammer aus Kunststoff. Der Fleischklopfer von Procook hat einen Hammerkopf aus Kunststoff. Der Rest des Fleischklopfers ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Er ist 26,5 cm lang und wiegt 142 g. Der Fleischklopfer ist extrem leicht, und der Hammerkopf hat 2 geträgende Flächen, eine zum Platieren und eine zum Lösen des Fleisches. Der Fleischklopfer besticht auch durch seine Spülmaschinentauglichkeit, so dass Sie bei der Reinigung Zeit sparen können. Außerdem verfügt er über eine Öse am Ende des Griffes, an der er aufgehängt werden kann. Nummer 2. WMF Profi Plus Fleischhammer 34 cm, Fleischklopfer. Der Edelstahl-Fleischklopfer von WMF ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Der Hammerkopf hat 2 Seiten, eine zum Auflockern von Fleischstücken und die andere zum Platieren. Der Fleischklopfer ist 34 cm lang und wiegt 650 kg. Er ist spülmaschinenfest und dank des rostfreien Stahls unglaublich hygienisch. Dieser Fleischklopfer ist ein wenig teurer, weil er von höherer Qualität ist. Der Fleischklopfer hat eine Öse am Ende des Griffes, an der man ihn aufhängen kann. Und die Nummer 1 unserer Liste. WMF 541 473 Fleischklopfer, Metallkappe. Der Fleischklopfer 541 473 besteht aus Holz und hat 2 Endkappen aus Metall. Er ist 30 cm lang und wiegt 232 g. Die Metallkappen erleichtern die Reinigung und sind außerdem hygienischer als reine Holzzartmacher. Außerdem verhindern sie, dass Holzsplitter in ihr Fleischstück gelangen. Die verschiedenen Endkappen eignen sich sowohl für sehr zartes Fleisch als auch für gröberes Material, das aufgelockert werden muss. Der Fleischklopfer ist leider nicht spülmaschinenfest, Sie müssen ihn also nach jedem Gebrauch von Hand reinigen.